Das Universum und endliche Weiten. In exakt einem Tag fällt VR241720 in Patschuk auf die Erde. Und ich werde dort sein. Ulja, das reicht. Was bringen die euch denn in der Schule? Da führt Unsinn bei. Freikirche Lemheim, mitten in Deutschland. Nur für die Wissenschaft ist hier kein Platz. Einige Kinder wollen nicht mehr glauben an Gott. Ist doch nicht meine Schuld, wenn die Bibel unlogisch ist. Bochemoi. Hängt von Kindermann, geht in meine Klasse und kann eigentlich nichts. Außer Autofahren. Da kannst du sehen, was aus Kindern wird, wenn sich keiner kiemacht. Ich mache dir ein Angebot. Du fährst mich nach Patschuk. Und ich mache dafür zwei Wochen deine Hausaufgaben. Kein Interesse. Dann drei. No. Vier. Wo ist der Wagen? Welcher Wagen? Hast du keinen? Ich bin zwölf Mann. Glückwunsch, ich bin 13. Sie ist ein Kind. Wie weit soll sie da gekommen sein? Und schon sind wir in Polen. Was? Und wo ist die Grenze? Wir gehen zur Polizei. Quatsch. Wir machen das selbst. Alle einsteigen, ich fahre. Bist du Rast, denn so? Bist du total bescheuert? Ist doch eine super Erinnerung. Julia! 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 Weg da! Julia! Julia! Jesus! Wir können sie an die Leichtplanke binden. Oma Olga ist doch kein Hund, den man einfach so aussetzen kann. Du würdest einen Hund aussetzen? Was willst du denn für ein Mensch? Untertitelung des ZDF für funk, 2017